Hallo meine Lieben, heute mal wieder eine neue Folge von BÜMU TV. Und was wir heute mal machen, ist mal was ganz Außergewöhnliches. Und zwar wollte ich euch einmal zeigen, wie schön es ist, die Fiat Automatik zu fahren. Denn auf dem Caravansalon in Düsseldorf 2023, jetzt, da kamen die ersten Gerüchte raus, dass im nächsten Jahr bei Fiat sehr wahrscheinlich ein Umbruch stattfindet, beziehungsweise ein Modell- oder Palettenwechsel. Und dieser Palettenwechsel beinhaltet tatsächlich die Fiat Automatik, und zwar die 9-Gang-Wandler-Automatik. Schaut euch das mal an hier. Die 9-Gang-Wandler-Automatik ist ja von vielen unserer Kunden sehr, sehr beliebt. Und ich muss euch auch wirklich sagen, die hat ja mit der alten Konformatik von Fiat auch nichts mehr zu tun. Denn die Konformatik von Fiat ist ja damals ein automatisiertes Schaltgetriebe gewesen. Und man hat diese Schaltpausen tatsächlich gemerkt. Das heißt also, wir hatten eine leichte Zugunterbrechung. Und das hat vielen unserer Kunden nicht gefallen. Anschließend gab es ja die 9-Gang-Wandler-Automatik. Und ihr seht ja selber, die zieht durch wie fast wie so ein DSG-Getriebe und macht richtig, richtig Spaß. Wie bereits erwähnt, Caravansalon, die ersten Hiobsbotschaften. Nächstes Jahr soll diese Automatik bei Fiat geändert werden. Und jetzt kommt die Hiobsbotschaft, die uns heute eraltert. Und zwar ist es tatsächlich so, bei Adria müssen wir die Bestellungen für Fiat Automatik bis Montag abgegeben haben. Bedeutet, wenn ihr neu konfigurierbare Fahrzeuge haben, wenn ihr ein Fahrzeug wünscht, so ein tolles Fahrzeug wie der Adria Coral Supreme 670er mit der Fiat Automatik, dann müsst ihr richtig Gas geben. Und zwar jetzt. Wir haben definitiv nur noch bis Montag Zeit, um Bestellungen bei Adria abzugeben. Und wann die nächste Automatik dann wieder bestellbar ist und ob sie überhaupt bestellbar ist, steht tatsächlich in den Sternen. Deshalb, mein Tipp, besucht uns schnell, fahrt gerne nochmal Probe. Wir können euch da was organisieren. Denkt daran, wenn ihr gerne noch ein Auto haben möchtet mit der Fiat Neungang Wandler Automatik, kommt schnell zu uns. Bis Montag müssen wir die Bestellung abgegeben haben. Also, es bleibt nicht mehr viel Zeit. Ich würde es mir gut überlegen. Bis dann. Ich würde es mir gut überlegen.